Auf dem Thalia-Parkplatz in Albstadt-Teilfingen entsteht im Auftrag des Landratsamts des Zollernalpkreises eine neue Unterkunft für Geflüchtete. In der Containeranlage können 80 bis 100 Menschen unterkommen. Doch so viele sollen es zunächst nicht werden. Die Container stehen bereits, derzeit erfolgt die Inneneinrichtung. Die Containeranlage auf dem Thalia-Parkplatz in Albstadt-Teilfingen. Zwei Stockwerke ist sie hoch. Im Inneren die Zimmer für die Geflüchteten, jedes 18 Quadratmeter groß. Die Zimmer sind natürlich klein. Die erinnern mich an meine Bundeswehrzeit. Hier sind vier Mann- oder vier Personenzimmer angedacht. Und je nachdem, wenn Familien kommen, wird es anderweitig genutzt werden. Ansonsten für vier erwachsene Personen sind die jeweiligen Zimmer vorbereitet. Im Gang ist klar sichtbar, hier ist noch eine Baustelle. Auch die Waschmaschinen sind gerade geliefert worden. In den Küchen stehen jeweils mehrere Herde zur Verfügung. Es sind große Gemeinschaftsküchen. Außerdem gibt es hier für die Angekommenen vier große Aufenthaltsräume. Hier könnten auch Sprachkurse stattfinden. Auffällig sind überall die hölzernen Wände und Decken. Die Container sind aus Holz. Es ist eine fast 100-prozentige lokale Wertschöpfung, regionale Wertschöpfung, die hier errichtet worden ist. Es ist wirklich für uns auch Neuland, das wir beschreiten. Aber das, was wir bisher gesehen haben und im Aufbau schon beobachten durften, ist es gelungen. Zudem sind die Container wiederverwertbar, können also später auch als Studentenwohnungen oder Büros dienen. Durch die Containerlösung konnte der Zollern-Alpkreis verhindern, dass die Kreissporthalle in Alpstadt-Ibingen zweckentfremdet wurde. Doch in der Stadt herrscht nach wie vor Skepsis. Also ich habe den Eindruck, dass je näher die Umsetzung jetzt auf uns zukommt, die Stimmung nicht gut ist, sondern abwartend, aber mit Sicherheit nicht mehr so aufgeheizt wie noch vor etlichen Wochen. Tatsächlich habe er einige E-Mails von besorgten Bürgern bekommen, so Oberbürgermeister Tralmer, aber auch zustimmende, mitfühlende E-Mails. Und interessanterweise sehr viele Hilfsangebote von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die anfragen, was kann ich tun, was kann ich an Sachleistungen beitragen, vor allem aber auch, wie kann ich mich mit persönlichem Wirken ehrenamtlich hier in der Betreuung der Angekommenen dann einbringen. Die zentrale Lage der Unterkunft jedenfalls würde einer Ghettoisierung entgegenwirken und Integration fördern, so Tralmer. Insgesamt hat die Flüchtlingsunterkunft 1,6 Millionen Euro gekostet. Mitte bis Ende Februar sollen die ersten Geflüchteten einziehen.